5 Arten, wie ihr eure Renderzeit minimieren könnt. Fangen wir gleich an. Ich habe hier ein PBR-Material als Tisch geladen und einen metallischen Monkey Head hinzugefügt, so dass wir anhand des normalen Renders die Zeit messen können. Zusätzlich ist noch ein HDI geladen. Erster Tipp. Erniedrigt die Sample-Rate und macht dafür die Noising an. Eigenes Video findet ihr hier. Somit kann man hier 28 Sekunden sparen. Das sind 39% schneller. Zweiter Tipp. Um das Rendern effizienter zu gestalten, verändert die Größe der Tiles. Kleinere Tiles sind bei mir zum Beispiel schneller gewesen. Hier spart man mit 32 Samples und ohne die Neuser ca. 5 Sekunden. Bei einer Animation mit 100 Bildern wären das schon immerhin etwas mehr als 8 Minuten. Wow! Dritter Tipp. Verringert die Light-Bounces. Da Cycles eine Path-Tracing-Render-Engine ist, kann man einstellen, wie viele Male das Licht im Bild herumgebounced wird. Viertelt man alle Bounces, spart man um die 10 Sekunden. Vierter Tipp. Verringert die Auflösung. Ja, das ist auch ein Tipp. Ihr müsst nicht immer alles in 4K exportieren. Man kann auch schöne Bilder in HD rendern lassen und danach Upscaling betreiben. Zum Beispiel in Photoshop oder auch online. Ein eigenes Video dazu werde ich noch machen. Damit kann man viel Zeit einsparen. Bei Reduzierung von 1920p zu 1080p habe ich ganze 51 Sekunden rausholen können, was 3,2 Mal so schnell ist. Fünfter Tipp. Aktiviert GPU-Rendering. Wenn ihr keinen Prozessor zum Rendern habt, sondern eine Mega-Grafikkarte, so könnt ihr GPU-Rendering aktivieren und damit eure Grafikkarte rendern lassen. Geht dazu zu den Scene-Einstellungen und aktiviert GPU-Compute. Damit kann man bis zu 20 Mal schneller rendern. Bei mir waren es aber leider nur 5 Sekunden. Hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen, eure Szenen für das Rendern zu optimieren. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zusehen.